Heute haben wir versucht, den zweiten D4 Rechner wieder in Gang zu bringen, was ziemlich einfach war, da nur der Lüfterdefekt war und der RAM gefehlt hat. Diese Komponenten konnten wir uns aus den restlichen zwei Rechnern ausbauen und hier dann wieder einbauen. Dann lief das Ding auch wieder, also wirklich überhaupt kein Problem. Natürlich haben wir das Ganze gereinigt, auch die Batterie wieder getauscht, die Wärmeleitpaste und so weiter aufgetragen, das ist vollkommen klar. Hier haben wir die Festplatte und das DVD-Laufwerk wieder eingebaut und die Kabel mussten wir auch noch aus den anderen zwei nehmen und dann lief das Ding wieder. Wir haben das Ganze dann mit Windows 7 aufgesetzt, weil auch Windows 7 wieder verkauft und der Rechner relativ schwach ist. Währenddessen das aufgesetzt hat, haben wir den ersten Rechner, der mit Windows 10 aufgesetzt wurde, ein bisschen fotografiert, beziehungsweise, ja nicht ein bisschen, sondern wir haben den fotografiert, um das Ganze uns per Retransfer zu schicken und dann bei Wilhaben und bei eBay Kleinanzeigen einzustellen, um natürlich auch Geld zu verdienen. Wir haben das Ganze dann freigestellt, wie ich euch schon mal gezeigt habe, hier bei eBay Kleinanzeigen eingestellt für 49 Euro und auch parallel bei Wilhaben den gleichen nochmal für 49 Euro eingestellt. Im Part 4 zeigen wir euch dann das Ergebnis, ob wir Geld verdient haben und vielleicht können wir noch einen fixen bzw. die Einzelteile verkaufen.